Hallo, wie schön, dass ihr wieder da seid. Bonjour et bienvenue ici. Wir wollen uns wieder im Wohnzimmer glücklich tanzen. On veut encore danser dans notre salon pour être heureux. Ja, im Moment lebt, glaube ich, kaum jemand seinen normalen Alltag. En ce moment, je crois, personne vit sa vie quotidienne normale. Wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt, und wir können alle überhaupt nicht planen. Person c'est la future et personne peut planifier. Unsere Kreativität, unser Anpassungsvermögen ist gefordert. C'est vraiment notre Kreativité et notre capacité à s'adapter et demander. C'est pour beaucoup de monde un grand défi, mais d'autres côtés c'est une grande possibilité. Wir können unsere Kreativität spielen lassen. Wir können uns selbst neu definieren. Wir können etwas anders machen. Raus aus den alten Schienen, aus den alten Bahnen, aus der Routine. Und Neues ausprobieren. On peut sortir de traces, on peut sortir de Routines, qu'on a toujours fait. On peut essayer d'autres choses, nous définir différemment. Ja, Kreativität und fließen mit dem, was ist, das ist, glaube ich, im Moment wirklich gefragt. Je crois, c'est vraiment demander notre Kreativité et être fluide avec ce que est. Weil planen, voraussehen, können wir sowieso nichts. Parce qu'on peut rien planifier. Dazu möchte ich mit euch heute tanzen. Pour ça, je veux danser avec vous aujourd'hui. Und wir wollen anfangen, indem wir einfach unseren Tag erstmal loslassen und einen Moment zur Ruhe kommen. Et on veut commencer à lâcher notre jour qui est passé et rentrer dans une tranquillité. Die Hände auf unser Herz oder auf unseren Körper legen. Mettre les mains sur notre cœur ou notre corps. Und einen Moment ganz still werden. Und einen Moment ganz still werden. Amen. 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 öffnen wir ganz langsam die Augen und wollen mit unserer bekannten symbolischen Geste alle Menschen, die jetzt mit uns tanzen, willkommen heißen und uns mit ihnen verbinden. Und jetzt, wir öffnen die Augen und wollen uns mit uns verbinden, mit dem Menschen, die jetzt mit uns tanzen, und wir wollen ihn begrüßen. Vielleicht macht ihr die Geste mit mir zusammen, ihr kennt sie jetzt ja schon, vielleicht ihr wollt es mit mir mit mir, ihr kennt sie ja schon, vielleicht ihr wollt es mit mir mit mir. Vous connaissez déjà das Geste. Und vielleicht seht ihr vor eurem inneren Auge eure Biodanza-Freunde, Leute, die ihr kennt, Leute, die ihr nicht kennt, und wir verbinden uns miteinander. Et peut-être devant, vos yeux intérieurs, vous voyez, vos amis de Biodanza, ou des personnes qui vous ne connaissez pas. Ja, ich schlage euch jetzt einen kreativen, vitalen Tanz vor. Je vous propose maintenant une danse kreative, vitale, ein Tanz mit, ja, ohne Stereotype-Bewegung, une danse sans des Stereotypes dans le mouvement, wo du dich einfach ausprobieren kannst, deine Lebendigkeit spüren kannst, ein Tanz, une danse où tu peux te experimenter, tu peux sentir ta vitalité, und vielleicht mal raus aus dem Gewohnten gehen kannst. Et peut-être tu peux sortir des habitudes, des mouvements d'habitudes. Ich lasse mich nicht bremsen, auch nicht von Corona. Je ne me laisse pas freiner, merci pas de Corona. Ich tanze, ich tanze jetzt ein bisschen für euch, um euch zu zeigen, wie das aussehen könnte, um euch in die Energie zu bringen, und danach machen wir die Musik nochmal, und dann könnt ihr ja tanzen. Ich werde euch ein bisschen zeigen, wie das könnte sein. Und dann werden wir die Musik wiederholfen und dann gehen. Ok. Tonight, I'm gonna have myself a real good time I feel alive And the world, I'm turning inside out I'm floating around in ecstasy So don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time I'm a shooting star leaping through the sky Like a tiger defying the laws of gravity I'm a racing car passing by like Lady Godiva I'm gonna go, 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 there's no stopping me Ja, ein schlitzeklitzekleines Beispiel Das Lied ist noch lang und du kannst dich ausprobieren Mit deinem ganzen Körper Kreativ sein Oui, ça c'était une tout petite démonstration La musique est beaucoup plus longue Et tu peux te découvrir, tu peux expérimenter, être créatif Okay, AWU, jetzt an euch I'm gonna have myself a real good time I feel alive And the world, I'm turning inside out I'm floating around in ecstasy So don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time Having a good time I'm a shooting star leaping through the sky Like a tiger defying the laws of gravity See, I'm a racing car passing by like Lady Godiva I'm gonna go, 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 there's no stopping me I'm burning through the sky 200 degrees, you're smiling, call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I wanna make a supersonic man out of you Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me a call Don't stop me now Cause I'm having a good time Don't stop me now I'm having a good time I don't wanna stop at all I'm a rocket ship on my way to Mars On a collision course I am a satellite I'm out of control I'm a six machine ready to reload Like an atom bomb About a war Oh, 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 explode I'm burning through the sky 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I'm gonna make a supersonic woman out of you Don't stop me 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 Ooh, ooh, ooh Don't stop me Have a good time, good time Don't stop me Don't stop me Away Away Alright Oh, I'm running through the sky 200 degrees that's why they call me Mr. İshpmai Jumping at the speed of light Wanna make a supersonic man outta you Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me now If you want to have a good time Just give me a call Don't stop me now Cause I'm having a good time Don't stop me now I'm having a good time I don't want to stop at all Ja, mit dieser Kreativität Gestalten wir jeden Tag unser Leben Denn Kreativität ist nicht nur Malen, singen, kunst Sondern wirklich auch die Gestaltung Unseres Alltags Avec cette Kreativität On crée chaque jour notre vie Basique Kreativität Ce n'est pas que pendre Chanter ou faire Dar Mais c'est vraiment créer La vie quotidienne Und womit Gestalten wir unser Leben Avec quoi on crée notre vie Unsere Hände Hände sind dabei Ein wunderwunderbares Werkzeug Nos mains sont des outils Très, très merveilleux Pour créer Und ich schlage euch jetzt Einen Tanz der Hände vor Bei dem wir unsere wunderbaren Hände ehren Ich zeige euch mal ein klein bisschen mit Musik und dann machen wir die Musik nochmal Una notte a Napoli Con la luna in mare Ho incontrato un angelo Che non poteva più volar Una notte a Napoli Delle stelle si scordò E anche senza ali E un cielo mi portò Con lui volando Lontano dalla terra Dimenticando le tristezze Della sera E un paradiso Un paradiso Oltre le nuvole Tazza d'amore Tazza d'amore Come le luciole Quanto tempo può durare Quante notti da sognare Quante ore Quanti giorni Carezze infinite Quando ami da morire Chiudi gli occhi E non pensare Il tempo passa L'amore scompare E la danza finirà Una notte a Napoli Con la luna in mare Ho incontrato un angelo Che non poteva più volar Una notte a Napoli Delle stelle si scordò E anche senza ali In cielo mi portò La 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 Tristamente, tutto deve finire. Ma quando il cuore mi ha spezzato... La possibilità è sempre di entrare in la fluidità della vita, la fluidità che non è mai planificato, la possibilità che non può prevenire. E così lato io adesso a una creativa Fließtanz. Quindi io vi invito ora a lanciare una danza di fluidità creativa. Du kannst dabei die Augen schliessen. Tu puoi fermi les yeux e tu puoi te laisser guider per la musica, avec des mouvements très, très rond, très fluid, très harmonieux. Und mit geschlossenen Augen tauch einfach in die Musik ein e in ganz weiche, runde, geschmeidige, harmonische Bewegung. Ciao! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ja, wenn ich mir erlaube, in den kreativen Fluss des Lebens einzutauchen, meine Kreativität auf harmonische Art und Weise in die Welt bringe, dann kann ich über mich hinauswachsen. Immer wieder neu und meine eigene Größe in der Welt spüren. Und ich lade euch jetzt ein, diese, eure Größe zu tanzen und zu erleben, zu erfahren. Ich zeige euch den Tanz einmal ohne Musik. Ihr steht mit geöffneten Augen, den Blick in die Ferne gerichtet und die Hände neben dem Körper in der Position der Identität. Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Und ganz, ganz langsam heben wir die Arme, verbinden wir die Arme, verbinden uns mit uns selbst und très doucement, on monte les bras, on se connecte avec nous-mêmes. Und dann, von der Position der Intimität ausgehend, öffnen wir ganz, ganz langsam die Arme und entfalten uns zu unserer ganzen Größe. Und mit dieser Größe lade ich dich ein, durch den Raum, durch die Welt zu gehen, Schritte zu machen. Und mit dieser Größe, ich t'invite, auf den Weg zu machen, auf die Leben zu gehen. Und jetzt alle zusammen mit Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.